Heute, den 13.07.2014, ein historisches Datum. Deutschland ist Weltmeister. In einem ganz spannenden Finale haben wir Argentinien in der Nachspielzeit durch Tor von Götze mit 1 zu 0 geschlagen. Wir haben eine Leid um zu machen, das ist super! Super, super, super! Musik Das hast du gar nichts gelernt! Bitte! Super, super! Wir hätten es geschafft! Und du freust dich? Freust du dich? Ja! Ich muss mal sagen, es ist völlig verdient. Über 120 Minuten gesehen bei Deutschland einfach die bessere Mannschaft. Ja! Angliebe Deutschland! Ja! Ich bin froh, es hat ihr gekriegt. Wir sind froh, es sind froh, es sind froh, es sind froh, wir sind froh, wir sind froh, wir sind froh, du! Ja schön, sehr schön, wir sind froh auf Deutschland, super! Ja, ich freue mich hier! Ja, ich freue mich! 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 Wir haben den vierten Stern, super! Mehr kann man dazu sagen, einfach grandios! Respekt, Gratulation an Jogi Löw und sein Team und vor allen Dingen an Götze! Ja, ich freue mich! Ja! Ja, ich freue mich! Ja, ich freue mich! Ja, ich freue mich! 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 Ich freue mich! Ja, ich freue mich!